Der DFB hat sich allem Anschein nach entschieden. Julian Nagelsmann soll der neue Bundestrainer und somit auch Nachfolger von Hansi Flick werden. Neuesten Informationen der BILD zufolge haben DFB und Nagelsmann eine grundsätzliche Einigung erzielt. Der Plan sieht vor, dass Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft bis nach der Heim-EM 2024 übernimmt. Es heißt lediglich, dass noch letzte Details zu klären seien. Auch zu seinem Gehalt gibt es erste Infos, er soll dann wohl bis zum Ende der EM 4 Millionen Euro kassieren. Also auch deutlich weniger als zuletzt bei den Bayern, wo er ja auch noch unter Vertrag steht, bis 2026 um genau zu sein, wo er dem Vernehmen nach noch ca. 20 Millionen Euro hätte kassieren können. Und dieser Vertrag wird jetzt sogar angeblich ohne Absindung aufgelöst werden und der Wechsel zum DFB soll ablösefrei passieren. Also ein Gewinner an der Stelle wäre in jedem Fall mal der FC Bayern. Klar, man kassiert keine Ablöse für Nagelsmann, aber mal ganz im Ernst, ihn von der Gehaltsliste zu bekommen, darf schon als großer Gewinn verbucht werden. Und ja, wenn das über die Bühne gegangen ist, wartet auf Nagelsmann eine der wohl größten Herausforderungen, auf die man aktuell im Weltfußball treffen kann. Der DFB und seine immer noch Nationaltrümmer-Truppe. Ich bin da echt mal gespannt, ob Nagelsmann dem tatsächlich gewachsen ist. Also rein fachlich und von seiner Kompetenz halte ich ihn durchaus für eine sehr gute Wahl und ich denke auch, dass es mit ihm klappen kann. Aber ich bleibe dabei, was der DFB gerade braucht, ist nicht nur ein Bundestrainer, der was im Kopf hat, sondern der auch eine gewisse Strahlkraft mitbringt und sowohl Mannschaft als auch Fans mitreißen kann. Einer, der vor allem auch mit dem Druck umzugehen weiß und der auch eine gewisse Autorität mitbringt. Gerade die Sache mit dem Druck sollte hier nicht unterschätzt werden und beim FC Bayern war es ja nun mal auch so, dass ihm genau dieser unter anderem zum Verhängnis geworden ist. Ich erinnere mich noch ziemlich genau daran, dass er beim FC Bayern auf den Pressekonferenzen, wenn es mal nicht so gut lief, mehr als einmal eine gewisse Trotzigkeit ausgestrahlt hat. Und auch gab es immer wieder zahlreiche Berichte, er hätte die Kabine nicht vollständig hinter sich gehabt. Beziehungsweise da soll das Verhältnis gespalten gewesen sein. Kimmich und Goretzka standen zum Beispiel voll hinter ihm, während Gnabry und Sané, so hieß es, extrem unzufrieden waren. Auch Lewandowski soll damals nicht allzu glücklich mit Nagelsmann gewesen sein. Und da muss man schon sagen, dass das etwas ist, was jetzt beim DFB dann deutlich besser funktionieren muss. Das Problem, welches ich an der Stelle halt sehe, ist, dass wenn es alles so stimmt und damals ist wirklich viel beim FC Bayern rausgekommen und es hat sich vieles als wahr entpuppt, ja dann hatte er genau mit den vermeintlichen Problemkindern angeeckt. Und genau diese muss er jetzt aber wieder auf seine Seite bringen und da bin ich gespannt, ob das so einfach gelingt. Da wäre meiner Einschätzung nach ein unbefleckter Trainer vielleicht wirklich besser gewesen. Ansonsten muss man halt schauen, ob er tatsächlich der ist, welcher eine Mannschaft in kürzester Zeit mit wenigen Trainingseinheiten für eine EM vorbereiten kann. Ich bleibe dabei, dass mir da in der Hinsicht ein erfahrener Trainer auf Nationalmannschaftsebene deutlich besser geschmeckt hätte. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, die so niemand teilen muss. Und wer weiß, vielleicht lege ich sogar daneben und er schlägt voll ein. Ich bin da zumindest mal offen für, dem Ganzen eine faire Chance zu geben. Und gebe an der Stelle jetzt auch, wie immer an euch weiter, ist Julian Nagelsmann der Richtige für die deutsche Nationalmannschaft als Bundestrainer? Schreibt mir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.